Herzlich Willkommen bei der Folge, wir machen mal nachts essig was, unsere schönen Beeren, und Beeren bis an Feuer, wir kochen gerade Wasser ab, auch natürlich. Wir hatten gerade Besuch, auf unsere Türen halten. So, Ausdauer, Wasser 120, das passt, Wasser ist gut, Nahrung, kann auch essen. Da sind wir schon scheiße nachts draußen nicht umherlaufen, und du siehst hier auch nichts. Du musst draußen dringend die Dinger ausbauen, die... Ein paar Dinger bauen, die Dinger ist gut, die... Äh... ... Was er mal zu had? Oh! Ja, umschade. Lass mich auch nix. Ärgerlich. Das scheint auf dem Bett. Jetzt habe ich das Zombie unter dem Haus. Ein bisschen still verhalten. Keiner an uns. Der 0.54 Uhr ist eine ungünstige Zeit. Gegen 4 Uhr wird es das hell werden. Das heißt wir müssen noch mehr absichern. Wir müssen im Prinzip vor der Tür noch mehrere Dinge aufstellen. So. Raus. Jetzt muss ich erst noch sparen können. Ja ich muss dringend mehr bauen. Dann bin ich im Prinzip nackt und ich bin draußen. Die zerlegen ein ganzes Haus. Die zerlegen ein ganzes Haus. Dann schauen wir mal unsere Tasche kriegen. Das ist ein schnellere Bursche hier. Die sind wirklich zäh. Okay. Da hätten wir die Bär erst noch sparen können. Wenn er nicht mehr sieht. Entschuldigung. weg blocken haus den krieger höchst ne killt ne fein und bohren Dann werden wir einen Pfeil und Bogen holen und dann mal sehen, ob wir den eigentlichen Kilden kriegen. Dann würden sie den Pursor hinstellen, ein bisschen höher gelegen. Oh! Oh, wir sind tot. Oh, nein. Das ist äußerst blöd. Das können wir aber sparen, ganz ehrlich. Auf dem Bett. Beim Bett ist man ein bisschen ungünstig, man weiß nicht genau, wo es ist. Eigentlich ist es jetzt auch ungünstig, weil man ja genau so ein Typ ist. Ich sehe auch nichts. Zerlehne, ganz zu Hause. Um, was es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 23 Uhr Stunde weiter wird es heller Ich glaube, wir rennen draußen noch mehr umher Ich sehe die glühenden Augen Ja, passt gut Der Band habe ich keinen Ich bin nicht im Gepäck 13, 11 Oh Versäuft bin ich auch, aber gut, das ist ein Problem So, jetzt kann man ein bisschen was tun Erstmal Sex Anlegen Verband Wenn man was essen Wenn man was essen Drei, vier Stück Drei, vier Stück Ja Und wenn ich auch noch mal, dass es klappt Aber Ja 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 Grunde war ich irgendwo da unten Steine Seht mal hier, da hat er mich auch entdeckt So da irgendwie Immer gedacht, da kommt Licht raus und dann hat man mich mit sehen, ne? Das tun ja Das war ja eigentlich Ja, das ist gut. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen, dass wir hier ein bisschen mehr Ruhe haben. Dass wir nach außen nicht gesehen werden. Wenn es überhaupt hilft. Also ich gehört wirklich viel. Ja. Ich bin eingenauert. Ich bin eingenauert. Nee, da nicht. Nehmen wir den Tisch weg. Nehmen wir den Tisch weg. Nehmen wir den Platz machen. Nehmen wir den Platz in den Platz. Nehmen wir den Platz. Ha, ha, ha. zweifahrig durch reparieren also hier noch auskommen hier was dann so schau mal hier gut zu natürlich optimal mal die gibt es doch gar nicht auch nach hause so nicht ich habe gesehen davon aber ich werde zungere fähig erkannt Das war's für heute. wenn man die jungs raus locken wenn man die jungs rauskommt Nein, heute nicht. Eine Kiste drin, ne? Verbrannt, verbrannt, verbrannt. Naja, auch nicht. Doch, fester wieder. Links bauen. Und zwar ganz schnell. Also die Aufnahmen sind irgendwie kacke. Ansonsten sage ich mal, es ist zu viel, wo gar nicht mal das Fall ist. So, Federn suchen. Das bringt nichts. Mal reingehen. Und. Ich stelle das bauen. Äh. Wie. Und. Knapp hier. Nur drei. Von vierten da. Holz. 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 Haben wir auch nicht. Das ist unkürzend. Drei Tombis. Jetzt haben wir 8 und 10. Hm. Das ist unkürzend. Drei Tombis. Ich hätte besser haben. Entschuldigung, jetzt hier. Entschuldigung. Nein, nein. Ich bin lieber. Ich bin lieber. Ich bin lieber. Natürlich. Was ist das? Natürlich ungründlich, ne? Ich muss hier mal loswerden. Das ist ein schönes Haus. 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 Das war jetzt... Das ist ein schönes Haus. Das war jetzt... Das ist ein schönes Haus. Das war... Das ist... 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 oh die er war zu hart bei sieben muss ich mich aber holen auf meine hütte fände dass sich ein vogel lässt unser tief hat alle dran und ist gefährlich keine feile mehr oder auch ein paar schon aber nicht da ist da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da waren auch keine. Es fällt doch keiner auf. So. 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 So.